servus leute was geht ich bin es wieder wie geht es wie steht es also bei mir ist alles soweit ok muss ja irgendwie ja was gibt es heute und zwar folgendes heute hören wir uns den neuen song an von motion ist in weid tausend prayers ich bin auf jeden fall gespannt ich finde die band sehr cool mir gefällt sie und die haben immer wieder ein paar gute songs raus und deswegen schauen wir einfach mal rein was bei diesen so abgeht ich habe bei instagram und kurs schon gesehen dass chris motionless weiße haare hat ja ich bin gespannt alles klar gucken wir mal rein ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 richtig gut gefallen der breakdown der gesang an sich genauer Bass Schlagzeug war das auf den Punkt gebracht war sehr cool mir gut gefallen oder was sagt ihr yo das war's auch schon für heute ich verabschiede mich bis zum nächsten mal schon wieder